Herzlich Willkommen in der weiteren Folge zum Klauselischen Marsch wir ernten weiter auf Feld 13 Soja und Augenblick auf Feld 15 mit Gras gemäht und Glageball gepresst und bald Schnell abtacken Reiten schon mal die Seemaschine vor wie alles satt überlegt im besten Ansehen die Möge wirdschnittsitzel und abgibt die Möge abgibt Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, fine So, fine Untertitelung des ZDF, 2020 60% So, fine So, fine So, fine So, fine So, fine So, fine So, mal gucken, wo es die Lage zu verkaufen gibt So, fine 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 das heißt vier mal länger verkaufen über 2000 verdient verkaufen wir noch soja verdient und die folge ist wieder zu ende so meine freunde das war es gewesen sein der landwirtschaft ich hoffe auf eurem wiedersehen würde mich bei einem like freuen ich sage schon mal danke auf wiedersehen bis zur nächsten Folge würde euch gerne wiedersehen bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge